Hallo und willkommen zurück zu Living Legends Fallen Sky im Bonus-Kapitel. Wir müssen malen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir hier dann anmalen sollen. Das soll rot, das soll rot. Also gehe ich mal von aus. Wir sollen uns ja an die Bären orientieren. Hallo? Danke. Habe ich einen vergessen? Nein. Mhm. Oh, da oben habe ich noch eine vergessen. Ah! Danke. Danke. Noch eine Runde? Sicherheitssystem wird mich nicht aufhalten. Niemals! Äh, was muss ich denn machen? Ich muss die Waage ausbalancieren. Ja, das hat jetzt ja irgendwie nicht so gut geklappt, würde ich mal behaupten. eine Ratte. Eine Ratte. Was möchtest du einen meiner Freunde kennenlernen? Ach, wie süß! Es ist Zeit, die Riesen zu treffen. Tidin! 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 Aha. Aha, okay. Alles klar. Aber wie komme ich denn hier? Weiter hoch. Goody. So, wir gehen mal in diese Richtung. Höher kann ich nicht. Cool. Ich muss noch unten klettern. Äh, ich bin bereit für den Sprung. Wo willst du denn hinspringen? Ach. Und da oben ist auch noch einer. Okay. Die Pflanze sieht nicht gerade gut aus. Nö. Da hat wohl jemand vergessen, sie zu gießen. Kann ich da was reintun? Nein. Ach, hier kann ich lang, okay. Sonst kann ich hier nichts machen. Scheint. Das ist gruselig. Wo ist die Abdeckung? Weiß ich nicht. Ich hab keine. Was ist das? Kohle? Ja. Hier brauchen wir anscheinend etwas. Der leuchtende Kristall fehlt. Hier ist die Katze. Und mehr sehe ich leider gerade nicht. Ähm, das hier wird mir wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Es ist zu dunkel hier. Wir brauchen Kristall. Können wir die nicht mitnehmen? Nein. Will sie nicht. Will sie einfach nicht. Ja gut, dann muss ja hier irgendwo noch was sein, oder nicht? Ich behaupte ich jetzt einfach mal. Oh, Katze. Hm. Geh hier weiter zurück. Ach. Hier haben wir noch was. Alle meine Brüder und ich kämpften gegen den bösen Zauberer. Nur ich bin übrig geblieben. Oh. Aha. Okay. Was auch immer ich damit soll. Hier fehlt ein Buch. Also ich soll wahrscheinlich mit der Kohle irgendwie das Papier sichtbar machen, aber das geht ja so nicht. Ich brauche ja irgendwie etwas, wo ich das ablegen kann. Das geht aber auch nicht. Es ist zu dunkel hier, ja? Ich weiß doch, ich weiß doch. Äh, ich weiß jetzt nur gerade nicht. Die sieht nicht gerade gut aus. Was soll ich jetzt dagegen tun? Ich habe kein Wasser. Katze geht nicht, Juwel ist auch Quatsch. Cola, Papier. Puh, nein. Das klappt alles nicht. Ähm, jetzt stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, ehrlich gesagt. Oh Gott. Ich weiß jetzt gerade nicht so ganz genau, was ich hier machen soll. Ach, natürlich, das Buch da rein. Mein Gott. Oh, guck mal her. Ich habe es ja eben auch noch gesagt, da fehlt ein Buch. Okay, vier Symbole, Medaillon, Oktopus, Sanduhr, zwei Fische, Kristall, Monde, Krone, Krähe, Dolch, Apfel, Rose. So. Und das ist bestimmt der Kristall, den wir benötigen. So, Sand, Fisch. Sand, Fisch. Okay. So, das müsste doch jetzt aber funktionieren. Yay. Cool. Ein sehr schönes System. Hätte ich auch gerne. Es ist zu dunkel hier. Achso, dann müssen wir hier bestimmt auch noch die Abdeckung für finden, ne? Na gut. Da brauchen wir noch was. Okay. Hier ist noch ein Objekt. Da kann der hier vielleicht rein. Was ist das? Aha. Blumentrank... Achso, nee, das haben wir noch nicht. Da brauchen wir noch was. Aber ich glaube, uns fehlt noch... Da ist ja eine Katze. Warum kann ich hier noch ran? Ich muss die Symbole kopieren. Achso. Ja, ich weiß nur noch nicht wofür. Ja. Wir gehen erstmal zur Blume. Yay. Na super. Dornen. Wie komme ich an den Gegenstand ran? Wer sonst noch was? Der Vorhang ist zu schwer. Vielleicht kann ich ihn festbinden. Ich habe mich zum festbinden. Schwertemblem. Aber ich kann hier noch ran. Kristallkugel. Oh, damit kann ich irgendwas machen. Vier Zauberer, vier Münzen, Spielzeug, Schuhe, Spiegel, Distel, Ritter, Maus, Kreis, Herz. Und eine Eule. Ritter. Ne, das ist ein Flaschenöffner oder sowas, ne? Ich weiß das gerade nicht. Ich muss alle Scherben finden, okay? Hier ist eine Scherbe. Hier ist noch ein Zauberer. Din, din, din. So. So toll, das ist abgeschlossen. Dann brauchen wir noch einen Schlüssel. Oder ist das ein Schlüssel? Noch kein Flaschenöffner. Okay. So. Ach, die Münzen. Jaja. Den hab ich noch gar nicht gesucht. Hier ist noch ne Münze. Oben ist ne Münze. Und da ist ne Münze. Distel und Herz. Mhm. Und wo ist denn hier ein Herz? Wahrscheinlich guck ich völlig falsch. Hier unten. Ach, und wir haben noch ne Maus. Äh, was haben wir denn hier noch? Was wir... Die ist versteckt. Da. Wie süß. Mhm. Ah. Das Zauberstab ist bestimmt in dieser Schatulle. Ja, okay. Äh, wir gehen jetzt aber erstmal hier hin. Muss ich die nur so einstellen. Es dreht sich zumindest schon mal nichts mit. Wie sie sich freut. Ich hab's geschafft. Yay! Oh Gott. Was ist denn das? Aha. Äh, hier und hier fehlt uns aber noch etwas. Mautzi, äh, kannst du mir irgendwie helfen? Da, Mautzi, mach mal. Oh. Oh. Gut. Wir müssen seine Brutsch finden. Ich... Keine Ahnung. Okay, äh, gucken wir mal. Ein wahrer Krieger geht nicht ohne seine Waffe. Jaja. Ist ja okay. Ich hab's ja verstanden. Aha. Doch. Das ist schon recht so. Aber was soll ich jetzt damit... Ach so, warte mal. Ah ja. Okay. Magie ist zu gefährlich für Menschen. Wir müssen sie in unsere Schatzkammer aufbewahren. Anti-Magie-Sphären zerstören jeden Zauber. Das arme Kätzchen, ob es nicht mehr so recht ist. Ha. Ah, das ist besser. So? Ein Kind wurde in eine Puppet verändert. Keine Ahnung, dass du den Wandel brauchst. Aber die Giants sollten das nicht getan haben. Mal hatten nur Sorcerer solche Macht. Aber die Giants benutzen Anti-Magie-Sphären, um ihre Macht zu zerstören. So? Let's find that wand and save the boy! Aber gewiss, aber gewiss. Ähm... Ein Griff. Okay. Wie bekomme ich die Sphäre auf? Das weiß ich nicht. Mit dem Griff wahrscheinlich eher nicht. Das macht ja keinen Sinn. Ist nur die Frage, wofür ich jetzt diesen Griff brauche. Ach so. Oh, oh. Oh, oh. Sieh! 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 Ja, dann leg mal los! Äh, ich kenne diesen Ort. Mach dir keine Sorgen, mein Freund. Okay, ähm, gut, dann schauen wir uns jetzt erstmal wieder um. Hier haben wir eine Katze. Mein Weg ist voller verschlossener Türen, aber ich werde sie alle öffnen. Ach, wie sind die Katze gerade? Na, kann das sein? Äh, ohne eine Kurbel ist es nutzlos. Finde ich voll süß hier mit der Katzenfote. Voll niedlich. Niedlich gemacht. Da oben ist noch ein Katzchen. Da oben ist noch ein Katzchen. So, finden wir hier auch noch ein Gegenstand. Ja. Ups. Kann ich das hier aufheben? Nein, nicht wirklich. Ah, ein Teil des Mosaiks fehlt. Äh, das war für die Kurbel. Ah, okay. Mhm. Die Kette ist kaputt. Danke. Danke für diesen Hinweis. Da komme ich anscheinend nicht weiter. Blumen 5, äh, Streitkolben, Karabiner, Waschbär, Kompass, Teleskop, äh, Diadem, Drache, Baum, Löwe, Gold und Lupe. Hm? Oh Gott. Was für ein Chaos. Äh, hier haben wir ein Schirm. Schon brauche ich nicht. Na? Wie süß. Ah, so, was haben wir denn jetzt noch? Blumen fehlen uns noch. Ich sehe gerade kleine Blume. Da oben ist noch ein Herz, welches wir nicht brauchen, aber das hier werden wir brauchen. Oh Gott, da haben wir den Drachen. Goldbarren, da ist der Löwe. Nein, ich will doch gar nicht raus. Ich möchte hier schauen. So viel ist es ja nicht mehr, was uns fehlt. So, zwei Blumies sind es noch. Karabiner. Ah, du bist frei. Und unser Ziel ist nahe. Die Schmerzen sind hinter dieser Tür. Ähm, das brauchen wir hierfür. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Aha, okay. Ach, hier können wir jetzt gleich auch noch mal suchen. Machen wir mal eben. Den habe ich vorhin schon gesehen. Die Note weiß ich jetzt gerade nicht. Was brauchen wir noch? Einen Kerzenständer? Oh, diese Szene, die ist so extrem überladen. Ganz ehrlich. Ah, hier unten. Ein Horn fehlt. Okay, wir brauchen noch ein Horn. Ach, hier, Kerzen. Kerze hatte ich auch noch irgendwo anders gesehen, genau. Die andere finden wir dann auch noch. Hier da oben. Ähm, dann die Lampe hier. Und hier haben wir den Kerzenleuchter. Wo haben wir denn so eine Note, so eine Musiknote? Habe ich nämlich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Und da brauchen wir auch noch das Horn. Von diesem komischen Ding hier. Ach, das ist das Horn. Wunderbar. Irgendwas war hier eben. Hier ist noch was. Und was ist das hier? Ein Blitz und eine Note. Ein Blitz habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt habe ich nicht genug drauf geachtet. Ach, hier, das ist bestimmt hierfür. Ah, okay. Gut. Und das ist hierfür. Führe die Sphäre zur rechten oberen Ecke. Wähle einen Eckpunkt, um ihn dort hinzubewegen. Jeder Eckpunkt muss auf dem Weg durchschritten werden. Ah, ja. Jetzt ist jetzt die Frage, geht das so? Ne, das geht so nicht. Gut. 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 Dann gehen wir mal hier rein. Und da oben ist eine Schatulle. Äh, ja. Ach, man kann's. Sie hat ihre Flügel verloren. Ja. Voll gemein. Der jemanden stibitzt. Okay, ich würde aber sagen, dass ich hier schon beenden werde. Das ist eine Katze. Und da gucken wir uns hier im nächsten Part um. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss. Ach, warte. Komm, das setzen wir noch ein. Ach, das können wir mitnehmen. Gut. Aber jetzt setzen wir es ein? Ja. Dankeschön. Da haben wir auch schon einen Flügel. Okay. Bis dann. Bye. 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 Bye.